Der Fußball-Podcast über Rapid und die Ausleer. Hallo und herzlich willkommen zur feierlichen 30. Ausgabe von No-Go. Feiern sieht vielleicht eigentlich anders aus, gerade aus Rapidsicht, aber ich greife schon wieder etwas vor. Herzlich willkommen auf jeden Fall von meiner Seite und natürlich auch von Stefans Seite, den ich natürlich hier jetzt auch zu Wort kommen lassen möchte. Ja, das ist sehr nett, dass du mich wieder mal die Leute begrüßen lässt. Hallo auch von meiner Seite. Ja, Stefan, wir haben schon angenehmere Zeitpunkte gefunden, um uns zu treffen. Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass ich mich halt eher zurücklehnen kann als du. Ja. Also, es ist schon natürlich auch jetzt das X gestern von der Austria, auch wenn ich da jetzt vorgreifen darf, war vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Aber ich meine, die ganzen Turbulenzen, die die Austria vor eineinhalb Jahren hatte, scheint so, als würde sich diese Geschichte gerade bei Rapid so ein bisschen wiederholen. Oder jetzt Rapid erreichen. Wir haben die Verletzungsmisere zu euch geschoben und ihr die Turbulenzen im Verein zu uns. Genau, genau. Aber dazu kommen wir später. Genau, wir haben gesagt, wir gehen erst einmal chronologisch und dem Sportlichen nach vor und widmen uns damit den beiden Europacup-Partien. Und da hat die Austria das erste Match gehabt in Istanbul, also das erste Match zeitlich gesehen, war natürlich das Rückspiel in Istanbul. Man hat etwas gehofft, spekuliert auf ein Wunder, auf eine Sensation. Ist es dann nicht geworden, Stefan? Genau, bei den Spekulationen und bei der Hoffnung ist es dann geblieben. Die Austria hat 1 zu 4 verloren. Aber ja, im Grunde genommen war Fenerbahce zu diesem Zeitpunkt einfach zu stark und zu abgebrüht. Man hat bei dem Spiel dann halt auch noch deutlich gemerkt, dass die Austria dann halt schon noch ein bisschen unerfahren ist in manchen Situationen und noch nicht abgebrüht und abgeklärt genug. Aber im Grunde genommen muss man trotz des eindeutigen Ergebnisses sagen, dass die Austria schon phasenweise auch gut mitgespielt hat und auch gute Aktionen hatte. Also ich finde schon, und wenn ich mir die Interviews auch nach dem Spiel angehört habe, dass man aus dem Spiel, auch wenn das eine deutliche Niederlage war, aber schon noch viel Kraft schöpfen konnte. Alleine das Erlebnis, diese Atmosphäre in diesem fanatischen Stadion, wie es immer so schön heißt, wo man das eigene Wort nicht versteht. Also ich glaube schon, dass es zwar eine Niederlage war, die wehtut und man jetzt nicht in der Europa League ist, sondern in der Conference League Gruppenphase. Aber im Grunde genommen hat der eine oder andere Spieler da wahrscheinlich auch noch einmal Blut geleckt, um das noch einmal erleben zu wollen und ist jetzt da wieder motivierter. Also das ist jetzt da quasi eine Kurzzusammenfassung des Spiels. Also es war jetzt eigentlich keine Zusammenfassung, weil es schon so lange her, aber ich glaube auch, mehr braucht man darüber jetzt nicht sagen. Passt. Danke dir, Stefan. Ja, ich meine, es ist dann eh auch so, dass es über Rapid dem zu sagen und viel mehr zu sagen gibt. Nicht, weil jetzt ja die, auch hier hat man natürlich auf die Wende gehofft. In Anführungszeichen, auch wenn das Hinspiel 1 zu 1 ausgegangen ist, was dann das Spiel ist. Folgte war mal wieder ein Drama, sage ich mal, am Platz und dieses Drama hat dann irgendwie noch viel weitere Kreise gezogen. Ja, es war glaube ich, man hat schwungvoll begonnen, hat sich besser präsentiert wie in Lichtenstein, was jetzt nicht außerordentlich schwer war, sich da besser zu präsentieren. Gerade in der Anfangsphase ist man ja in Waduts komplett geschwommen und dann eigentlich durch die erste Szene, wo Waduts halbwegs gefährlich fürs Tor gekommen ist, hat man sich mal wieder ungeschickt bis deppert in der Verteidigung angestellt, das Tor kassiert und gefressen und danach ging es steil bergab. Waduts immer besser reingefunden, dann eben auch durch ihren auffälligsten Spieler den Freistoß und die rote Karte rausgeholt. Und ich glaube, spätestens da hat vielen gedämmert, dass das auf der einen Seite entweder extrem schwer wird oder nichts werden wird. Und auch, glaube ich, wenn die Mannschaft viel versucht hat und viel probiert hat, ist es am Ende nichts geworden. Und ich glaube, es ist so gewesen, wie in manchen Führungszeugnissen drinsteht, der war stets bemüht, ist er dann zwar nett formuliert, aber trotzdem ein Armutszeugnis. Und so war es dann spielerisch eigentlich auch ideenlos und vom Spielsystem weiterhin planlos hat es oft gewirkt. Den Einsatz würde ich nicht absprechen. Man hat wirklich vieles probiert, aber irgendwie hat der Plan und die Mittel und die Linie dann doch völlig gefehlt. Und deswegen summa summarum, muss man sagen, auch wenn es extrem bitte ist, Waduts verdient aufgestiegen für diese aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft. Ich glaube, ich kann man sich als neutraler, der ich nicht bin, neutraler Zuschauer freuen und es ihnen gönnen. Und irgendwo zu, sage ich jetzt mal, 5 Prozent ist es vielleicht auch bei mir der Fall. 95 Prozent überwiegt einfach die Trauer und die Verärgerung. Aber wenn man eben beide Spiele zusammennimmt, ist es verdient so, dass Waduts weitergekommen ist und Rapid raus. Also dieses Spiel des Lebens war es wirklich nur für Waduts und nicht für Rapid, wie der Friedhofer? Ja, man hat viel investiert, aber irgendwie, ja, unnütz investiert. Und dann eben ohne einen gewissen Output zu generieren, war auch immer wieder eben zu anfällig für gewisse Aktionen und Nadelstiche. Der Lichtensteiner und eben, wie gesagt, dann darf man sich unterm Strich nicht beschweren, dass es so gekommen ist, wie es kam. Genau, aber das, was dieses Spiel dann ausgelöst hat und die Folgen des Spiels, die werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast besprechen. Genau. Aber mit späteren Zeitpunkten meine ich noch diese Folge. Ja, genau. Wir gehen, wie gesagt, chronologisch vor. Das heißt, das nächste Spiel, auf das wir dann jetzt kurz eingehen werden, ist die Partie der Young Violets gegen Horn. Die war schon am Freitagabend und da übergebe ich wieder an Stefan. Ja, wer konnte das glauben? X, also ich habe zwar kein X getippt, aber es wurde ein X und das ist schon ein Achtungserfolg, muss man sagen. Die Young Violets sind sogar in Führung gegangen. In der elften Minute durch Florian Kopp nach einem Kopfball, ja, Kopp hat einen Kopfball gemacht, nach einer Ecke. In der 18. Minute dann der Ausgleich durch Mijic und es war eine ziemlich offene Partie, alle 90 Minuten lang. Auch nach der Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch. Es hätte einen Sieger geben können in dem Spiel, der wäre dann auch verdient gewesen, der Sieger. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, welches Team da jetzt wirklich stärker war. Also das Negative an dem Spiel ist, die Young Violets haben noch immer nicht gewonnen. Das Positive an dem Spiel ist, man konnte eine super Leistung gegen den Tabellenführer. Also das Team der Saison bis jetzt in der zweiten Liga, konnte man mit einer super Leistung bestehen. Und ja, das macht eigentlich Hoffnung für die nächsten Runden. Und ich hoffe, dass diese unleidige X-Serie endlich endet und dann bald der erste Sieg auch rausschaut. Ja, ist ja nicht nur in dieser Saison so, sondern es war jetzt ja dann saisonübergreifendes fünfter Heimremi für die Young Violets in Folge. Genau so ist es. Schauen wir mal. Aber ich meine, wenn du jetzt nur X holst, die ganze Saison lang, dann wirst du auch nicht absteigen. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber es wäre natürlich uns alle wohler, wenn man hier und da mal in 3 landen könnte und dann nicht zu viel zittern müsste. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Dann die nächste Partie war Blau-Weiß-Linz gegen Rapid 2. Genau, das war die Frühschoppenpartie sozusagen am Sonntag. Ein Tag, ja, der insgesamt wirklich kein glorreicher war von Rapid. Wir werden es da insgesamt noch abdecken. Es gab eine klare 1-4-Pleite in Linz. War damit im fünften Duell mit Blau-Weiß-Linz die fünfte Niederlage für die jungen Rapidler. Also hier mit Sicherheit kein Lieblingsgegner. Sofort das 1-0 nach einem Einwurf, wo man eigentlich kollektiv gepennt hat. Zwei Kopfballverlängerungen, dann einer ganz vor einem langen Pfosten. Schon in der sechsten Minute, in der neunten Minute, dann gleich das 2-0 nachgelegt durch die Linzer. Und man hat es gesehen, auch wenn damals nicht so klar ausgegangen ist, wenn man mit diesem 0-2-Handicap startet, auch wie die Young Violets vor ein paar Wochen bei der Admira, wird es natürlich extrem schwer, hier noch irgendwas zählbareres zu holen. Hat sich dann in der Folge etwas gefangen, kamen zu ein, zwei Chancen. Die Kulovic 11 und dann Anfang der zweiten Halbzeit durch die Jakovic zum Anschlusstreffer. Viel mehr konnte man dann aber eigentlich nicht mehr bringen. Hat dann zehn Minuten gehabt, wo man das Gefühl hatte, okay, es ist noch etwas offener, vielleicht geht noch was. Aber dann in einem Konter wieder hinten zugeordnet. Das 3-1 sich eingefangen und dann in der letzten Minute oder kurz vor Schluss eben noch das 4-1, was dann das Sahnehäubchen für die Linzer war. Vom Torverhältnis natürlich nicht optimal, aber vom eigentlichen Ausgang dann schon wurscht. Im Tor hat man wieder Orgler gespielt. Er ist natürlich dann gleich bestraft worden mit vier Toren, wobei er, glaube ich, keinen bis nur einen ganz geringen Anteil daran trägt. Insgesamt einfach auf jeden Fall ein schwacher Auftritt von Rapid 2, geschuldet auch einem wirklich extrem schläfrigen Beginn. Und ja, ich glaube, mit dieser schönen Überleitung, schläfriger Beginn, können wir zum Austria-Match bei der Austria rübergeben. Das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich meine Sache nochmal. Aber sehr gut, sehr gute Überleitung gefunden, sehr gut gemacht, Markus. Bin ich schon fast ein bisschen stolz auf dich. Warum eine gute Überleitung, schläfriger Beginn, weil es schon in der dritten Minute bei Austria-Klagenfurt gegen Austria-Wien 1-0 gestanden ist. Und zwar 1-0 für Austria-Klagenfurt. Die Fans der Austria waren noch nicht einmal mit der Choreografie richtig fertig und da hat es schon geklingelt. Und auf Twitter hat man gelesen, dass da sogar manche Austria-Fans gejubelt haben, weil die lila Mannschaft das da mal geschossen hat. Also so ist da in den ersten Minuten zugegangen. Also von den Farben hat man ein bisschen ein, Austria spielt, also Austria-Wien gegen Red Bull. Also ich habe das Thema gehabt. Hätte es halt irgendwie so sein können für einen, der mir nur kurz vorbeisippt. Ah ja, okay. Ja, genau. Aber ja, nein, es ist dann 1-0 gestanden, relativ schnell eingeleitet durch eine Fehlpass von Comezio. Und dann ist Mühl nicht hart genug, hat er nicht hart genug oder zu zögerlich verteidigt, sagen wir es so. Also ich würde jetzt, der Fehlpass von Comezio hat halt natürlich das schon eingeleitet, aber es waren dann schon noch ein paar Meter zum Tor und da hätte man den Pink, den Ball auch noch wegnehmen können. Also sowas nicht. In weiterer Folge hatte die Austria dann schon einige Chancen, zum Beispiel durch Ranftl in der achten Minute. Aber in der ersten Halbzeit war einfach Austria-Klagenfurt das bessere Team. Da muss man ganz ehrlich sagen, also Manfred Schmidt hat fast nicht rotiert zum Fener-Partner-Match. Also es hat eigentlich die Stammelf der Saison gespielt und man hat da schon auch ein bisschen gemerkt, dass die Oberschenkel oder die Beine noch ein bisschen schwer sind. Trotzdem hat, glaube ich, der Motz Braunöder, das Tor wird zumindest ein Kandidat für das Tor der Saison werden. Also in einer schönen Drehung den Ball genommen und einfach draufgehauen und schön ins Tor. Also selten, das war ein schönes Tor gesehen. Also auf der einen Seite muss ich sagen, einfach nur draufgehauen, glaube ich nicht. Das war schon technisch stark gemacht. Ja. Auf der anderen Seite auch die Vorlage von Fitz war schön. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er war schon kurz vorm Fünfer. Wie viel Platz lässt man einem Gegenspieler da irgendwie? Naja, aber er braucht ja Platz, um sich zu drehen. Ja, ich will es nicht schlechtreden, war wirklich technisch von beiden hervorragend gemacht. Aber auf der anderen Seite, die Gegenspieler und die Abstände zu den Austrianern sind da schon zu hinterfragen. Natürlich. Da war schon ein Stellungsfehler von Austria Klagenfurt von der Verteidigung. Und er hat da natürlich profitiert und hat den Platz gehabt und sich da noch genommen. Aber ja, also ist halt so. Und dann zweite Halbzeit. Was glaubst du, ist am Beginn der zweiten Halbzeit passiert? Irgendwie eine Wiederholung der Ereignisse. Genau. Und sogar noch ein bisschen schneller. Genau. Also mit Wiederamtpfiff ist es dann auf einmal wieder 2 zu 1 für Klagenfurt gestanden. Der Unterschied diesmal ist, dass man den Ausgleich schneller erzielen konnte. Und dann sogar in Führung gegangen ist, 2 zu 3. Und leider durch einen Elfmeter dann sich noch den Ausgleich fast mit dem Schlusspfiff geholt hat. Also es war dann, glaube ich, 88. oder 89. Minute. 87. Minute. Entschuldigung. Ja, das war natürlich ein bisschen tragisch. Und den Austrianern wurde ein Elfer verwehrt, der eigentlich auch zu geben gewesen wäre, dass sich da der VAR nicht eingeschalten hat. Wundert mich auch. Aber die VAR-Diskussion ist auch schon langsam müßig zu führen. Können wir jede Woche diskutieren, glaube ich. Ja. Also grundsätzlich, kurz nach dem Spiel ist man sich natürlich um den Sieg betrogen vorgekommen. Jetzt mit ein bisschen Abstand ist es natürlich noch immer, ich weine noch immer den vergebenen zwei Punkten nach, die man dann mehr hätte haben können. Im Grunde genommen besser als eine Niederlage. Und wenn man zweimal im Rückstand ist, kann man auch schon mal verlieren oder haben andere Teams auch schon verliert. Deswegen muss man, wenn man den Spielverlauf im Gesamten anschaut, auch mit dem Punkt zufrieden sein, meiner Meinung nach. Und Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Das ist jetzt die Devise und das ist jetzt auch mal so gelungen, sag ich mal. Trotzdem darf man gegen Austria Klagenfurt sich auch einen Sieger warten. Mit den Ansprüchen, denen die Pfeilchen in dieser Saison stellen. Und zwar ist das natürlich wieder die Top 6 und wieder international qualifizieren. Und da muss man dann halt auch Gegner so arrogant, dass es auch klingen mag, wie Austria Klagenfurt schlagen. Ja, du ganz klar. Aber ihr habt euch ja schon letztes Jahr auch nicht, oder letzte Saison, gegen Klagenfurt leicht getan. Genau. Und auch da haben die Ergebnisse meistens nicht so gepasst. Also war man meistens nicht zielreich. Und die Serie setzt sich zu etwas erst einmal fort. Mal schauen, wie zumindest noch ein weiteres Partie, wenn beide in die Top 6 sind oder die unteren 6, weiß man ja nie, landen, wird es vielleicht noch zwei weitere Duelle geben. Und ja, aber wirklich die eben Schlusssituation von Klagenfurt überprüft worden vom Bar und dann eben korrigiert auf Elfmeter. Die Austria sehen es sich noch nicht einmal angeschaut. Ist schon fragwürdig, wieso man da halt nicht wirklich da nochmal drauf schauen lässt, um sicher zu sein. Genau. Und es war ja auch nicht so, dass der gegebene Elfmeter für Klagenfurt kritisiert wurde. Nee, nee. Also das war jetzt auch nicht so, das ist kein Elfer und warum gibt man den? Das war ein Elfer, aber man hat dann halt auch gesagt und der Meinung ist eigentlich, waren eigentlich auch durchaus die neutralen Beobachter, dass der andere Elfer eben auch zu geben gewesen wäre. Ja, also in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, in der Einstellung, war es für mich nicht ganz klar zu sehen, aber es wäre auf jeden Fall für mich so strittig gewesen, als ich gesagt hätte, das würde ich mir gerne näher anschauen. Also das definitiv. Punkto strittige Szene. Wenn du fertig bist, können wir dich dann gleich wieder als gute Überleitung verwenden für das Rapid Match. Heute bist du der Überleitungsmann. Yes. Ja, also ich war im Vorfeld extrem skeptisch, was in dieser Partie gegen Sturm abgehen wird. Nach diesem doch wirklichen Drama, wenn ich es so nennen darf, gegen Vaduz war für mich die Mannschaft am Boden und irgendwie auch fantechnisch vieles im Argen. Da habe ich mich gefragt, wird es überhaupt einen Support geben, beziehungsweise wie reagiert der Block West? Wie war die Stimmung? Stimmung war gut, war überraschend gut, was vielleicht auch diesem Umstand geschuldet war, dass es eben eine langjährige Fan-Fortschaft ja mit Nürnberg gibt und jetzt dieses Jubiläum bei dieser Partie gefeiert wurde. Das heißt, es waren viele aus dem Frankenland da und haben dann mitgefeiert und ich glaube, das hat man jetzt dann eben zum Anlass genommen, irgendwie business as usual stimmungstechnisch an den Tag zu legen. So war mein Eindruck. Vielleicht mag ich mich täuschen. Ich bin ja nicht in der Ultraszene verankert oder da wirklich mit dabei oder auch überhaupt in einem Fanclub vertreten, sondern einfach nur engagierter Besucher des Block West. Aber eben, wie gesagt, da hatte ich im Vorfeld die Befürchtung, dass da vielleicht etwas ruhiger sein wird oder vielleicht kompletter Stimmungsbekotz sein wird und dann eigentlich immer, ich glaube, sie sind bekannt, dass auch im Auswärtszimmer Gas geben, die Sturmkratz-Fans. Dann hier klar die Überhand haben würden. Das war nicht der Fall. Und am Feld war es eigentlich auch nicht so der Fall. Da hatte ich eigentlich, ja, man hat sich ja gerade auch von Vereinsvertreterseite erhofft, dass es eine Reaktion gibt auf das Vaduz-Match, also auf das Hinspiel im Rückspiel. Die war eben nur sehr vage vorhanden. Und jetzt war eigentlich zum Ausscheiden dann eher eine Reaktion zu merken. Rapid hat engagiert begonnen, hat dann eigentlich, ja, durch einen tollen Umschaltmoment die Führung erzielt und zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient. War bis Mitte der ersten Halbzeit das bessere Team. Dann hat Sturm eigentlich die erste gute Möglichkeit gehabt, die verhindert werden konnte. Daraus resultiert ein Eckball. Und aus diesem Eckball dann mit einer einstudierten Variante fiel dann der Ausgleich. Langer Ball, Direktabnahme, die aber klar am Tor vorbeigegangen wäre. Und dann ist, glaube ich, passt einfach zur derzeitigen Rapid-Situation so abgefälscht worden. Und dann, unabsichtlich vom Sturmspieler, eigentlich Richtung Winkel, dass Hedl da chancenlos war zum Ausgleich. Und das hat, glaube ich, dann wieder eben so einen Nackenschlag dargestellt für den SCR, dass man sich davon hat beeindrucken lassen, auch wenn die erste Halbzeit noch dann ausgeglichen war und es hin und her gewuckt hat. Aber ich glaube, es hat prinzipiell schon Nachwirkungen dann gezeigt. Zweite Hälfte war dann eigentlich, ja, von Rapid kaum mehr was zu sehen, gerade offensiv. Sturm ist aber auch nicht so viel eingefallen, nachdem der Hürlund jetzt verkauft worden ist und ihm da schon in der Offensive eine große Waffe gefehlt hat. Jansch hat zudem verletzt, also da haben schon zwei, die zuletzt wichtige Bausteine waren oder auch gerade Ende der letzten Saison, gefehlt. Und es hat sich irgendwie so ein bisschen ausgesehen, als wäre es auf ein 1 zu 1 hinausgelaufen, was, glaube ich, unterm Strich okay gewesen wäre. Und dann gab es eben kurz vor Schluss auch hier die strittige Szene. Moorman gegen den Sturmstürmer schon beide im Zweikampf, also in einer Rangelei, sag ich mal, von außerhalb des Strafraums in den Strafraum hinein. Man kann dann, glaube ich, so entscheiden auf Stürmerfaul, weil er bringt Moorman ins Fallen und im Fallen berührt er dann eben auch den Sturmangreifer. Ich würde nicht sagen, er reißt ihn nieder, er berührt ihn und er geht dann dementsprechend zu Boden. Ich glaube, man hätte die Szene in beide Richtungen pfeifen können. Und er hat sich dann eben für den Elfmeter-Pfiff-Plus-Rot entschieden, der Schiedsrichter. Er ist dann auch hier nicht mehr wirklich korrigiert oder interveniert worden vom Bar, wo man sich auch fragen muss, okay, hätte man vielleicht wenigstens nochmal sagen sollen, geh es dir nochmal anschauen, auch genau wie ich in der Austria-Partie gesagt hätte. Ich glaube, ein On-Field-Review hätte der ganzen Sache gut getan, um dann wirklich nochmal einen zweiten Blick drauf zu haben. Ich denke einfach, hier sollte man regeltechnisch nachschärfen, dass man dann nicht auf diesen Punkt klare Fehlentscheidungen in die eine oder andere Richtung rumreiten muss, sondern sagt, es ist eine strittige Szene. Du hast es so entschieden. Wir sind uns selbst bei der Sicht der Zeitlupe nicht ganz sicher. Schau das in ein, zwei Perspektiven nochmal an. Vielleicht hast du dann eine andere Meinung. Solltest du der gleichen Meinung bleiben, ist recht, aber dann kann, glaube ich, wenigstens sich einige Fans im Nachgang oder auch Trainer und Offizielle nicht zu sehr beschweren und sagen, er hätte es sich nochmal anschauen sollen. Es gab eben dann den Elfer, wurde verwandelt. 2 zu 1 für Sturm, hinten raus. Es ist eigentlich nicht mehr wirklich was passiert, dass Rapid noch eine Chance hätte auf den Ausgleich. Unter dem Strich eine weitere Niederlage, ich glaube, eine bittere Niederlage, weil er hätte nicht so sein müssen. Aber ja, ich glaube, einmal gab es eben auch noch eine riesige Chance, wo ich oft ja hier gesagt habe, du sagst, man muss nur so richtig stehen wie Dioricin und ihn dann machen. Ich sage, er hätte dann meine Oma auch noch gemacht. War so eine ähnliche Szene, glaube ich, den man fast machen muss. Auch ein bisschen bedrängt vielleicht noch, aber trotzdem den muss er aufs Tor bringen und dann ist er eigentlich auch drin. Hätte dann vielleicht wieder ganz anders ausgesehen. Hätte die Ware derzeit, ist mir so diesem Strudel drin, und hat die Scheiße, wenn man so sagen darf, an den Füßen. Und da muss man schauen, dass man da wieder rauskommt und ob es eben vielleicht auch im sportlichen Bereich dann noch Konsequenzen gibt oder braucht. Ja, und ich finde ja, weil du das angesprochen hast, dass die WARD-Diskussion bzw. Schiedsrichterdiskussion, diese On-Field-Review, die wird viel zu wenig genutzt. Also ich glaube, da braucht sich da mal einen WARD dazu, wenn da schon ein Bildschirm neben dem Platz steht, dann soll der Schiedsrichter, wenn er Elfer gibt, also wenn er aktiv Elfer gibt, dann soll er sich das automatisch anschauen müssen, was er darüber denkt, dann noch einmal, wenn es das schon gibt. Also irgendwie fehlt mir da noch immer die rote Linie und man schafft Möglichkeiten, auch mit eigens installierten Kameras im Stadion, wie wir in einer Folge schon mal besprochen haben und erklärt haben, gibt man dann dem Schiedsrichter die Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich habe das Gefühl, dass die noch immer nicht richtig ausgeschöpft werden und dass die Schiedsrichter immer noch Angst haben, da zu viel reinzuinterpretieren und sich einzumischen wegen den Minuspunkten oder warum auch immer, dass man dann als Schiedsrichter gesperrt ist für die nächsten Spiele, wenn man zu viele Fehlentscheidungen macht. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich finde es halt schade, dass man da eigentlich ein gutes Instrument schafft, um den Sport fairer zu machen. Ob das jetzt emotional oder so spielzerstörerisch wirkt oder so, das sei jetzt dahingestellt. Aber man wollte ja mit dem VR den Sport fairer machen, hat es aber meiner Meinung nach noch nicht geschafft, weil das könnte man ja auch einmal irgendwie herausfinden, mit der Statistik, die Fehlpfiffquote wahrscheinlich sich nur marginal geändert hat. Ja, also ich glaube, alle, die sich vom VR erwartet haben, also jetzt nicht in Österreich allgemein, als der VR in den ersten Ligen eingeführt wurde, dass es jetzt damit keine Fehlentscheidung mehr gibt, ja, die Sands waren, glaube ich, schon vom Anfang an falsch gewickelt beziehungsweise sahen sich dann stark getäuscht. Es gibt die Diskussion weiterhin, nur eben nicht über den direkten Pfiff, sondern über dann hätte der VR eingreifen sollen, müssen oder nicht, oder hätte er sich zurückhalten müssen, war es richtig, XY zu korrigieren oder nicht. Hier jetzt gerade auf Österreich bezogen, dass man das wirklich, vorne baut man es auf mit den Händen in schwerer Arbeit und mit dem Hintern reißt man es sich dann wieder ein, indem man einfach dieses volle Potenzial nicht nutzt. Da bin ich komplett bei dir, das zu kritisieren, weil die Letztentscheidung, ja, soll voll und ganz beim Schiedsrichter liegen. Er entscheidet zuerst einmal X und dann schauen so viele Leute drauf. Ich meine, er hatte immer noch seinen Assistenten, die auch ein, ihm ein Feeling geben. Er hat den vierten offiziellen draußen, der und das Erdkanum, ein, zwei Leute vor den Kameras, die auch, wenn die dann sagen, du, ja, das passt voll und ganz, okay, dann glaubt er, wenn alle sich einig sind, muss er nicht nur nochmal drauf schauen. Wenn dann aber mindestens zwei sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, selbst nach Zeitluppen, schau das nochmal an, ich glaube, dann sollte man dieses Mittel auch ausschöpfen und sich dann nicht limitieren, mit indem er sich entweder irgendwo zu fein ist oder eben, sagt man, bestraft irgendwie die Kollegen mit irgendwelchen Punktabzügen, nur weil sie sich was anschauen. Ich glaube, da ist man wirklich beim ÖFB gefragt, um diese Sache klarer und besser zu machen und wirklich ein Hilfsinstrument für die Schiedsrichter zu generieren oder zu haben und nicht irgendwie, ja, das Damoklesschwert immer mit einer Bestrafung über sich schweben zu haben. Genau, apropos Damoklesschwert, ich würde das Thema Rapid Wien jetzt gerne starten, also gerne, weil es ja das Konzept des Podcasts ist, sonst wäre es ein Austria-Podcast und würde da auch gerne chronologisch vorgehen mit dem Vorkommnissen der letzten Tage bei Rapid, weil sich da ja schon einiges getan hat und ja, auch für alle Austrianer könnte das ja ein bisschen interessant sein, weil es ist ja eine Seife-Opa, ist ein Schaß dagegen. Also fangen wir mal an. Vaduz, Niederlage, ausgeschieden aus dem Europacup. Was ist nach dem Schlusspfiff passiert? Wo warst du nach dem Schlusspfiff? Ich stand desillusioniert und demoralisiert noch kurze Zeit da. Nicht im Block. Nein, im Block. Und ja, war irgendwie, auch wenn natürlich die vorigen 90, 95 Minuten darauf hinaus gelaufen sind, fassungslos da und irgendwie leer und traurig. Und ja, habe das dann eigentlich am Rande nur mitgekriegt, was dann noch passiert ist. Also es war so, dass die Mannschaft bis zum bitteren Ende unterstützt worden ist und gesagt worden ist, okay, selbst wenn die es am Platz nicht umgesetzt bekommen, wir sind als Zwölfter eigentlich, in dem Fall dann Elfter mal nach dem Ausschluss, da bis zum bitteren Ende. Und aber im Anschluss ist dann, glaube ich, ja, sind halt die Dämme dann gebrochen und dann gab es halt die Unmutsäußerung im Pfiff. Ich glaube, es ist legitim, es ist das Recht jedes Fans, das dann auch zu äußern, wenn man vorher alles gegeben hat. Und dann gab es eben vereinzelt Bruckner raus, was angestimmt worden ist so von den Ultras, sag ich mal, zweimal. Wobei, ja, irgendwie für mich auch, natürlich darf man seine Meinung ändern, aber die Ultras hatten, glaube ich, großen Anteil daran, dass Bruckner überhaupt dieses Amt inne hat. War damals, bei der damaligen Wahl 2019 so, dass die von Ultrasseite oder von den einschlägigen Fanclubs Stimmung gemacht worden ist pro Bruckner. gegen Schmid, weil man sich da wohl zu unsicher war, was kommt unter ihm, auch für die Fanszene, welche Einschnitte gibt es vielleicht. Und man sich mit Bruckner auf der sicheren Seite gewähnt hatte. Für die Entwicklung des Vereins haben es einige damals schon so gesehen, dass es wahrscheinlich weiterhin, der weitere Weg unter Kramer, der am Schluss für viele ein Stillstand war, weitergeführt worden wäre. wie es unter Schmid geworden wäre, logisch, das Kaffeesatz kann niemand irgendwie sagen, aber eben fand ich es halt trotzdem irgendwo fragwürdig, wenn sie damals da waren, auch wenn es diejenigen waren, auch wenn es jetzt schon drei Jahre her ist, die gesagt haben, ja, wir wollen Bruckner haben. Jetzt diejenigen, die ersten an sind, die sagen, Bruckner weg, Bruckner raus. Dann wurde unter anderem noch eben angestimmt Pesek raus, wofür mir irgendwie der Zusammenhang komplett gefehlt hat und Barisic oder Zocki raus ist noch. Feldhofer war kein Thema und dann war es eben so, dass man irgendwie gemerkt hat, hey, da geht irgendwo was ab. Du hast gesehen, Richtung VIP-Sektor, VIP-Tribüne, Logen, tut sich irgendwas. Von da sind einige hingeströmt Richtung diesem Bereich und ich habe dann nachher nur, als ich schon außerhalb war, mitgekriegt, dass es da eben auch die ersten Bilder schon gab von vom Kapo, der wohl argumentiert oder streitet mit dem Teilen des Rapid-Präsidiums in der Loge oder ja und ja, ich glaube, die Bilder sind dann auch viral gegangen. Also ich habe es nur von meiner Warte aus am Rande mitbekommen im Stadion und dann eben auch im Nachgang, weil ich einfach irgendwie selbst so leer war, dass ich da in diesem Fall nicht wirklich so stark aufnahmefähig war. Okay. Und hast du mit geschrieben bei Bruckner raus und Pesek raus und Zocchi raus? Nein. Nein. Das heißt, es ist nicht deine Meinung? Pesek auf keinen Fall. Dass man natürlich im Moment den sportlichen Bereich hinterfragen muss und für diesen sportlichen Bereich sind Zocchi Barisic und Ferdel Feldhofer zuständig. Dass man den Zustand der Mannschaft irgendwo hinterfragen muss. Ja, das ist die Frage, ist der, also meine Meinung nach, ist der Kader besser, als er sich präsentiert hat. Da stehe ich immer noch eigentlich zu dem, was ich Anfang von der Saison gesagt habe, dass ich glaube, es ist zumindest gleich viel Qualität da wie zu einem gewissen Stand letzter Saison, vielleicht nicht Ende letzter Saison, da war halt durch die Abgänge und Ausfälle ein anderes Bild vorhanden, wenn nicht sogar vielleicht etwas mehr Qualität da, aber ich weiß nicht, wieso die Mannschaft es nicht wirklich auf den Platz bringt. Ja, ich glaube, genauso wie in der Zentrale bei der Austria, du schon gemeint hast, wäre vielleicht der ein oder andere Spieler noch wünschenswert beziehungsweise eine Hilfe, hapert es bei Rapid schon längere Zeit, aber eben auch von den spielerischen Abläufen vom System, der vielen Rotation, dass man wirklich versucht, auf Dauer diese Dreiecke am Spielfeld zu bilden, um immer eine Anspielstation zu haben. Das wirkliche Umschaltspiel hat jetzt gegen Sturm einmal gut geklappt, aber prinzipiell weiß da, glaube ich, dann die Mannschaft nicht wirklich, an welchen Plan sie sich halten zu tun hat. Es ist immer noch, glaube ich, viel, beziehungsweise zu viel auf Zufall aufgebaut, beziehungsweise Einzelaktionen. Da ist der sportliche Bereich zu hinterfragen, von daher, von allen diesen genannten, oder wo vom Blog dann kritisiert wurde, ist, der Zocke für mich der oberste. Und natürlich, wenn man einen gewissen sportlichen Stillstand, diese Rückschritte, das Gefühl hat, dass es tatsächlich so ist, ist vielleicht auch dann das Präsidium irgendwo zu hinterfragen, aber der wirtschaftliche Teil war bis jetzt eigentlich sehr gut, sehr solide. Die letzten Zahlen, die präsentiert wurden, waren auch sehr ordentlich. also nur von der Generierung des Geldes ist es wohl okay, plus auch dem Fakt, den man sagen muss, sie haben, da beziehe ich Bruck damit ein, mit dem neuen Trainingszentrum, Trainingsleistungszentrum, mit der Jugendarbeit und der mit Sicherheit nicht leichten Anfangszeit der Corona-Krise ohne Zuschauer, ohne viele Merchandising-Einnahmen, weil einfach nicht nur die Zuschauer-Einnahmen, sondern auch Konsumation im Stadion und nachher natürlich auch Fanartikelverkauf nach den Spielen gefehlt hat, den Verein da wirklich gut durchgebracht. Das muss ihn stark zugutehalten. Dann ist, da fehlt mir aber natürlich der Einblick, die Frage, okay, wäre viel mehr Geld da, dass man in die Mannschaft investieren könnte, um mehr Qualität am Rasen zu haben und die Oberen oder Pesek hat gesagt, nein, wir geben dieses Geld nicht her, das muss gespart oder für andere Bereiche im Verein eingesetzt werden, weiß ich nicht. Dann würde sich für mich eher etwas ergeben zu sagen, okay, Pesek ist eigentlich auch ein gewisses Maß zu kritisieren. Sollte dem nicht so der Fall sein, ist er für mich irgendwo ein Bauernopfer, diese ganzen Sitzung. Aber gut, soweit sind wir jetzt noch nicht, weil da waren diese Unmutsäußerungen nach dem Spiel gegen Batouts und dann gab es am nächsten Tag oder eine Pressekonferenz von Bruckner oder eine Aussendung. Ja, dann kam eigentlich schon in den Abend, in den Nachtstunden beziehungsweise am nächsten Tag die ersten Gerüchte auf. Ja, Präsidium oder Präsident wirft hin und wird zu keiner weiteren Amtszeit antreten, wie eigentlich der Plan war, dass er eigentlich im November dann wieder gewählt wird und auch als diesmal alleiniger Kandidat es nicht wirklich eine Wahl gibt, sondern eben nur, er wird wieder bestimmt, beziehungsweise wie groß ist der Zuspruch aus Mitgliederkreisen und dann gab es in Anführungszeichen eben so den Paukenschlag, dass er offiziell verkündet hat, nein, er zieht seine Kandidatur zurück für eine weitere Amtszeit und wird nicht nochmal antreten, das heißt, sobald es dann eine wirkliche Wahl dann gibt oder einen neuen Kandidaten die Geschäfte dann den neuen Präsidenten übergeben. Und dann gab es vor dem Sturmspiel noch eine Pressekonferenz? Genau, vor dem Sturmspiel dann noch eine weitere Pressekonferenz, Rapid hat diese schon angekündigt eben am Samstag, dass sich Christoph Peschek äußern wird, da war mir oder uns, wir haben es auf Twitter dann irgendwie auch schon so angekündigt, fast klar, dass es wahrscheinlich einen weiteren Rücktritt geben wird, weil diese Gerüchte waren auch schon im Vorfeld da und er hat eigentlich dann wirklich in einer stark emotionalen Stellungnahme bekannt gegeben, dass er eben diesen Schlussstrich zieht, was ich bei ihm aus persönlicher Sicht danach vollziehen kann. Wie gesagt, wir beide wissen eben nicht wirklich en detail und sind nicht in irgendwelchen Gremien mit vertreten beziehungsweise direkter Verbindung zu irgendwelchen einflussreichen Personen im Verein. von daher ist es Großteil was wir hier sagen unsere Meinung beziehungsweise Spekulation. Wenn man da zwischen den Zeilen liest, was Besche gesagt hat, dann weiß man schon, dass im Verein die Fans beziehungsweise die Ultras mit Samthandschuhen angegriffen werden und er schon auch Statements oft gegeben hat, die vielleicht nicht hundertprozentig seine Meinung wieder gespielt haben, aber um quasi dieses Konstrukt Rapit nicht noch mehr zu schädigen oder zu zerstören, dann einfach Sachen gesagt hat, die vielleicht die Fans hören wollen, aber die auch nicht seine Meinung wiedergegeben haben. Also Pesek ist für mich ein Beispiel, wie viel Druck eigentlich Rapit bedeuten kann. Jetzt nicht nur für Spieler, sondern eigentlich auch für einen Geschäftsführer, der sportlich ja nicht wirklich eingreifen kann, weil auch wenn, wie du vorher gesagt hast, er wenig Geld hergegeben hat. Ich meine, laut Barisic und laut Feldhofer sind Wunschspieler zu Rapit gekommen diese Saison und das auch nicht zu wenig. Also man kann jetzt da nicht einfach mit dem Fingerzeig auf Pesek schließen und sich erwarten, jetzt ist Pesek weg, jetzt ist Bruckner weg, jetzt wird alles wieder gut. Ich glaube, die Wurzeln übelst liegt schon auch ein bisschen an diesem externen, nenne ich es jetzt mal Mitspracherecht der Fans, weil, wie gesagt, man ist nicht umsonst ein Fußballfan oder man bekommt dafür bezahlt für die Arbeit bei einem Fußballverein und dazu braucht es einfach Experten und da kann man als Fan natürlich schon sagen, okay, wir brauchen jetzt noch einen Sechser und wir brauchen noch einen Spielmacher, aber finde mal einen Sechser und finde mal einen Spielmacher, wir kennen ja alle diese ganzen Hintergrundarbeiten nicht, die da wirklich nötig sind, das Scouting und so weiter und so fort, das ist ja alles heutzutage schon so komplex, da kann ich nicht als Fan sagen, der muss raus, der muss raus, der muss raus und am besten wird jetzt der Marek Präsident und der Krankel sein Stellvertreter oder keine Ahnung was oder umgekehrt und dann wird alles gut, das funktioniert halt nicht, man braucht da ein Konzept, das wirkt und das dann auch befolgt wird und am besten arbeiten an dem Konzept oder setzen das Konzept dann wirklich kompetente Leute um und jetzt läuft es sportlich schlecht bei Rapid, das steht außer Frage, man hat sich das alles nicht so vorgestellt wie es ist, vielleicht ist es auch gut, dass man gegen Vaduz ausgeschieden ist, weil sich wirklich was ändern wird, aber dass man da jetzt wirtschaftliche Leute angreift, also wirtschaftlich verantwortliche Leute angreift über Feldhofer, der jetzt auch schon, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, schon zwei Vorbereitungen als Rapid Trainer mitgemacht hat und noch immer kein richtiges Spielsystem auf den Platz geschafft hat, auf den Platz zu bringen, Barisic, der ja auch schon länger als Sportdirektor war oder ist, auch unter Kühlbauer und so weiter, an denen wird überhaupt nicht gezweifelt oder nicht so intensiv gezweifelt, dass der Druck für die beiden anscheinend noch nicht so groß ist, zurückzutreten oder gekündigt zu werden, also mir schließt sich da der Zusammenhang nicht ganz, muss ich sagen, als Außenstehender. Ja, du, da gebe ich dir recht, du hast jetzt aber natürlich sehr viele Zutaten auf einmal in den Topf geworfen. Ja, ich will dich auch herausfordernd bei der Antwort. Ja, genau, deswegen müssen wir oder muss ich versuchen, das alles wieder ein bisschen aufzudröseln. Ich will ganz kurz nur noch, weil wir ja auch damit eingeleitet haben, dass ja die Austria so eine Krise schon hinter sich hat, ja, aber wir wissen ja alle, wie die Austria finanziell dasteht oder dagestanden ist, weil jetzt das ist ja natürlich schon ein bisschen besser, ja, wer ist gegangen? Kretschmer, der wirtschaftliche Verantwortliche und nicht ein sportlich Verantwortlicher, ja, also das ist ja auch irgendwie nachvollziehbarer gewesen, die Schritte, die die Austria da gesetzt. Ja, sollte eigentlich so sein, wenn man dementsprechend stark in den Miesen ist und gesagt wird, okay, man findet jetzt auf lange Sicht auch wieder keinen Trikotsponsor und solche Geschichten, dass man sagt, okay, der wirtschaftlich Verantwortliche muss gehen, ist richtig und wenn hier rapid sportlich so in den Seilen hängt, soll es eben eigentlich die andere Seite betreffen. Und man betont ja immer wieder, wie gut wirtschaftlich rapid dasteht, also das ist ja jetzt nicht so, dass die da ja auch an irgendeinem Abgrund entlang driften, sondern das ist ja eigentlich alles relativ oder es liest sich und hört sich zumindest für mich jetzt da immer relativ solide an. Ja, du, wenn das alles so stimmt, wie es dargelegt wird oder wie es verkündet wird, dann bin ich davon mit dir d'accord zu sagen, ist nicht nachvollziehbar. Um erst einmal bei dem Pesek-Thema zu bleiben, ihm wurde damals oder er wurde damals bei der, als er das Amt angetreten hat beziehungsweise eingesetzt wurde, schon etwas schief beäugt hier und da von Fankreisen. Im Hintergrund, dass er irgendwie in diesem wirtschaftlichen Bereich nicht wirklich die große Expertise im Vorfeld vorzuweisen hatte, beziehungsweise irgendwie, ich weiß nicht, ob das wahr ist, so gesagt worden ist, er hat seine Kenntnis irgendwo Fernkurs Humboldt gemacht im wirtschaftlichen Bereich. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Plus irgendwie politische Nähe, dass er glaube ich ursprünglich aus dem SPÖ-Lager kommt und es hieß, ja, es wird dann nur irgendwie so installiert, um von einigen politischen Kreisen da einen gewissen Einfluss im Verein zu haben. Mag vielleicht so sein, dass es ursprünglich so war, dass er aber mit Herzen bei Rapid ist und eigentlich ein Rapidler ist, glaube ich, nicht abzustreiten. Dass er das Beste für den Verein wollte, glaube ich, auch nicht und dass er prinzipiell, soweit ich es beurteilen kann, einen guten Job gemacht hat, jetzt rein von den wirtschaftlichen Zahlen, glaube ich auch nicht. Also, glaube ich auch nicht, dass man ihm das vorwerfen kann. Ich glaube, das hat er wirklich abgeliefert in dem Rahmen. Einige meinen, ja, es war in Ordnung, aber da müsste eigentlich viel mehr gehen. Wenn man sich die Kraft und da hieß es ja aber auch schon von Eigenstellen, die Kraft geht teilweise nach innen beziehungsweise es müssen zu viele Kräfte eingesetzt werden, um das ganze Konstrukt am Laufen zu halten, um den Deckel draufzubehalten, teilweise, damit der Kessel nicht schon viel früher explodiert. Aber die eigentliche Kraft, die Rapid eigentlich hat und auch, es gilt auch für die Austria und wenn man sich den Zuspruch allgemein in Wien anschaut, wie groß Wien eigentlich ist, müsste eigentlich viel mehr möglich sein. Stimmt, vielleicht irgendwo, aber es müsste jetzt trotzdem erstmal einer gefunden werden und einer kommen, der das besser macht und tatsächlich beweist, dass es dem so ist. Es stand jetzt alles nur Mutmaßung zu sagen, ja, es geht tatsächlich besser und man kann da viel mehr generieren. Pesek selbst hat gesagt, wir sind eigentlich am Plafond, es geht nicht mehr, es ist nicht mehr zu generieren. vielleicht natürlich, wenn da jetzt wirklich ein Wunderwut zieht daherkommt, sei es als Präsident und oder Geschäftsführer Sportneu, der noch viel weitreichender Kontakte hat und verbandelt ist in irgendwelche Kreise, vielleicht kann der tatsächlich dann diese auch monetarisieren und noch mehr rausholen. Aber ich glaube, wir alle wissen aber auch, die derzeitige Situation für allgemeingesellschaftlich ist wirklich herausfordernd, nicht nur für jeden einzelnen Bürger oder für viele Bürger, auch für die Firmen müssen extrem aufpassen und da sitzen die Euro für Sponsoring nicht so locker und deswegen ist es glaube ich alles andere als einfach hier weitere Gelder zu lukrieren. Von daher, auch wenn es vielleicht mit uns so stimmt, dass er hier und da vielleicht einiges zu sehr gefressen hat beziehungsweise nicht so wiedergegeben hat, wie es erst aus Funktionärssicht hätte machen sollen, hat er glaube ich, wenn man die gesamte Amtsperiode, die ja noch nicht vorbei ist, betrachtet, eine gute Arbeit abgeliefert und er war für mich trotz allem eine Art Bauernopfer, das mir jetzt hier beschuldigt hat oder herausgepickt hat und durch gewissen Druck zum Rücktritt bewogen hat und ja, tut mir insgesamt wirklich leid, statt dass man da eigentlich für Aufopferung voller Arbeit Dank erntet, ist es eben jetzt so eine Art Schlag in die Pappen. Ja, vor allem für ihn auch besonders tragisch, weil er ja wirklich mit Herz und Seele Rapid-Fan ist, also ich habe den ja vor seiner Rapid-Präsidentschaft auch gekannt und da war ja wirklich ein ein Ultra, wenn man so will, ja, also ich glaube jetzt nicht radikaler und gewalttätiger, aber schon einer, der bei jedem Spiel dabei war und auch ich glaube im Block West gestanden ist eine Zeit lang, also er war wirklich ein Fan, der sich dann ja auch irgendwie seinen Lebenstraum verwirklicht hat und dann professionell bei Rapid gearbeitet hat. Deswegen vielleicht auch diese Nähe oder diese zu große Nähe, wenn man es negativ sehen will, zur Fanszenung und dann halt vielleicht das ein oder andere, was man hat durchgehen lassen, wo es vielleicht nicht hätte sein sollen. Genau, vielleicht hat man sicher gedacht, dass das mit der Installation von Pesek, dann hat man auf der einen Seite die SPÖ-Nähe, die in Wien wahrscheinlich nicht vom Nachteil sein wird und auf der anderen Seite halt die Ultranähe, die im Verein selbst nicht von Nachteil sein wird, ja. Aber gut, es hat auch unter seiner Amtszeit einige Ausschreitungen von Rapid-Fans gegeben, die vielleicht radikaler behandelt werden hätten sollen, dann wäre es jetzt gar nicht so weit gekommen, aber das ist eben nicht die Vereinspolitik von Rapid und wenn jetzt kein Marek Präsident wird, meiner Meinung nach, dann könnte es für die Fans auch ungemütlich werden, in dem Sinn, dass sie vielleicht nicht mehr ihren Kopf immer durchbringen. Stand jetzt wird Marek kein Präsident, also das hat er auf jeden Fall so geäußert, dass er Rapid hilft und helfen will, helfen möchte und zur Verfügung steht, in Kanu, welchem Rahmen auch immer, aber dass eine Präsidentschaft Stand jetzt für ihn nicht in Frage kommt, da wurde 2025 in den Raum gestellt, dass er vielleicht da sich es vorstellen könnte, etwas in dieser Art zu übernehmen. dann gestern war es ja wirklich die große Runde auch bei den Kollegen von Sky ein großes Thema, Peter Stöke hat auch seine wirklich fachkundige Meinung dazu abgegeben und ja, dann ist natürlich nachdem er dort auch Expertise Hans Krankel mit ins Spiel gebracht worden, der eigentlich auch gleich abgewunken hat, nicht nur bezüglich Präsidents, sondern glaube ich jedweder Funktion bei Rapid, da wäre es wirklich auch mal sehr, sehr spannend zu wissen, was da wirklich vorgefallen ist zwischen ihm und Rapid, dass da so eine unleidige Stimmung herrscht und ob man das wieder kippen kann oder auch nicht, beziehungsweise er überhaupt möchte, dass es irgendwann wieder gekittet wird, weil ich glaube, wenn sich dieses Erdbeben so fortsetzt sind, glaube ich, gefühlt bald alle mal weg mit, die sich mit Hans Krankel verschärzt haben können dürften und es ist die Frage, ob dann vielleicht wieder etwas offener ist für eine Rückkehr und sich irgendwo beim Verein einzubringen. Ob es jetzt unbedingt eine offizielle Funktion sein muss, also an vorderster Front, wage ich zu bezweifeln. Seine Verdienste um Rapiz mit Sicherheit riesengroß, damals als Spieler, war auch danach als Trainer und so weiter für Rapida in schwierigen Zeiten, aber ob er, ja, wie gesagt, ich will es dir nicht an die Legende in den Dreck ziehen, aber seine Expertise und so weiter sind für mich irgendwo bei allem Respekt nicht mehr in der heutigen Zeit wirklich angekommen und oft Altbacken und teilweise Stammtisch Phrasen und gehen für mich nicht in die Tiefe, wo ich sagen würde, okay, da kann man wirklich ansetzen und es ist nicht für mich eine wirkliche Analyse, um zu sagen, hier und da, dass er Rapida glaube ich im Herzen hat, ich glaube, das kann man ihm einfach nicht nehmen, so wie man es jeden Fan, der wirklich verwurzelt ist, mit seinem Verein nie nehmen werden könnte, auch wenn er mal sauer, auch wenn er mal traurig, auch wenn der Verein irgendwann mal am Arsch geht, wie in eine Beziehung auch, ich glaube, so geht es den Fans auch immer wieder, das wird man dann aus keinem Fan und auch aus dem Hans Kankl nicht rausbekommen, diesen Bezug, der einfach da ist, aber ich glaube, er hat dann auch auf der anderen Seite ein großes Ego, dass der irgendwo dazwischen steht, dass man sich jetzt wieder schnell annähern könnte. Plus eben das dritte Gerücht, um bei diesem Präsidentschaftspool irgendwie zu bleiben, Steffen Hofmann, was irgendwie so medial herangetragen wird, beziehungsweise glaube ich, einige Medien sind darauf aus, fast jeden, der irgendwo mal in einer rapiden Verbindung war, jetzt dann in diesen Topf zu schmeißen und zu sagen, ja, der könnte es werden oder der könnte es werden, also dieses berühmt-berüchtigte Name-Dropping, nicht nur dann eben, wenn es um neue Trainer oder andere Positionen geht, sondern hier auch um den Präsidenten. Ja, eigentlich wollte sich der Steffen Hofmann immer langfristig im Verein etablieren, sage ich mal, und einen Verein binden, glaube ich, weil er auch da mit dem Herzen mit dabei ist, deswegen hatte er ursprünglich auch Trainerpositionen ausgeschlossen, aber er ist halt irgendwo auch ein gutmütiger Dolm und weil er eben aber auch mit diesem Herzen so dabei ist und wenn dann irgendwie gebeten wird um Hilfe, um Rat, ist er, glaube ich, einer, der irgendwie schwer bis nie Nein sagen kann und deswegen war er dann auch, Steffen übernimmt doch, aber trotzdem, wir brauchen nicht unbedingt Therapie 2. Gut, dann mache ich es halt. und Steffen, jetzt übergangsweise bitte sogar die Kampfmannschaft übernehmen. Na gut, dann mache ich es halt und ist die Frage, ob er dann wirklich sich auch so diesem Präsidentschaftsjob jetzt dann antut, antun wird, antun soll, weil, ja, ich glaube hier eben als Trainer beziehungsweise auch Sportverstand oder Geschäftsführersport beziehungsweise in gewissem Rahmen auch Präsident ist man halt immer dann wesentlich angreifbarer und als eine der größten Rapid-Legenden sich dann halt irgendwo angreifbarer zu machen. Ich glaube, Peter Schörtl kann auch ein Lied davon singen, wie es dann ist, als eigentliche Legende dann irgendwann doch beschimpft und aus Hüttelhoff irgendwo vertrieben zu werden. Will, glaube ich, kein derzeitiger Fan, dass es Steffen Hofmann passiert und ich glaube, er selbst möchte sich das irgendwie auch nicht antun. Ja, da muss man dann halt aber auch die Vereinspolitik ein bisschen hinterfragen, wenn man so viele Legenden quasi schon verbrannt hat in den letzten Jahren und ich glaube auch, um nochmal das Thema Hans Krankel aufzugreifen, wenn man so zwischen seinen Zeilen wieder liest oder hört, was er da auch gestern am Sonntag bei Sky gesagt hat, dann glaube ich schon, dass es ihm vor allem im Vereinen ein Dorn im Auge ist, dass den Fans so viel Macht eingeräumt wird und Hans Krankel hat sich ja auch mit den Fans schon öfters angelegt. Also ich kann mich da in den letzten Jahren an mehr Streitereien mit Fans erinnern als an Feiereien mit Fans zwischen Krankel und Rapid-Fans. Also das ist alles jetzt nicht so einfach und ich glaube halt auch mit den Expertisen, die der Krankel auf Sky von sich gibt, die sind oft unterhaltsam, aber haben halt wenig fußballerische Kompetenz für die heutige Zeit, meiner Meinung nach. Aber ist immer unterhaltsam anzuhören und ich glaube halt auch, was ein Problem ist, also Krankel wäre sicher ein guter Präsident, weil Präsident ist ja auch oft viel, also ist ja auch ein repräsentativer Job, der wenig mit dem Tagesgeschäft zu tun hat. Dazu sollten ja eher die Experten sitzen und da wäre Hans Krankel natürlich schon super. Aber... Sorry, wenn ich hier kurz einhören darf, kommt aber glaube ich immer auch ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Wenn du schaust, wie stark waren wirklich, jetzt um das Beispiel Bayern herzubringen, um einen anderen Rekordmeister zu nennen, wie stark da trotzdem Beckenbauer sich immer auch als Präsident geäußert hat beziehungsweise im Fokus stand, wie es bei Hoeneß war oder Rummenigga. Ich glaube, es kommt immer natürlich auch auf die Person und Persönlichkeit an und welchen Stellenwert diese Person irgendwo im Land und für den Verein oder für die Region hat. Und ich glaube, um Puckner war es... in seiner Amtszeit sehr ruhig prinzipiell. Was ich jetzt ohne Wertung einfach nur. Es war relativ ruhig um ihn. Einige haben das kritisiert, gerade als sie im Sportlich-Nicht-Sorber haben gesagt, ja, da muss der Präsident halt mal Flacke zeigen und auf den Tisch hauen und dass es so nicht geht und hier den sportlichen Verantwortlichen die Rute ins Fenster stellen. Ja, ist in ihrer Meinung ihr Recht das sozusagen. Ich glaube, anderen passt es eher, wenn man sagt, ja, eher durch Taten als durch Worte glänzen. Ja, natürlich. Aber ich glaube halt auch zum Beispiel, dass ein Krankel jetzt kein Puckner wäre und schon Lauter wäre als Rapid-Präsident, aber der lässt sich nicht reinreden. Der hat seine Meinung und die fährt auch in der Öffentlichkeit. Und da nimmt er keine Rücksicht auf irgendeinen Rapid-Trainer und auch keine Rücksicht auf irgendwelche Rapid-Fans. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist bei Rapid sich zu entscheiden, mache ich den Kapo von den Ultras zum Präsidenten, was wahrscheinlich derzeit am gescheitesten wäre, weil die halt in dem Verein die Macht haben, sich immer durchzusetzen. Oder finde ich eine starke Persönlichkeit, die für mich wahrscheinlich Steffen Hoffmann auch nicht ist, diese richtig starke Persönlichkeit, die sich auch traut, den Verein zu reformieren und das ist offensichtlich benötigt, um Rapid wieder erfolgreich zu machen. Also man braucht auf jeden Fall eine große Reformierung und man darf da nicht zurückschrecken, irgendwas anzugreifen. Also man muss da wirklich auch tief in die Wunden gehen, meiner Meinung nach. Und das Wichtigste halt ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn ich jetzt da etwas durchsetzen will im Verein, wo die Fans anderer Meinung sind, dann muss ich meinen Weg auch weitergehen und dafür dann halt auch gerade stehen, wenn es nicht gelingt. Aber ich glaube, wenn man ein Konzept hat, das Hand und Fuß hat und das die Chance hat, jahrelang zu verfolgen, dann wird das auch irgendwann erfolgreich werden. Man darf sich dann halt nur nicht reinreden lassen beziehungsweise verunsichern lassen von externer Seite. Ja, du, prinzipiell steht fest, wir sind ein Mitgliederverein und sollen und wollen das auch bleiben, dass dieses Übergewicht der Fan-Mitsprache zuletzt zu viel wurde. Glaube ich auch, dass man hier wieder etwas Einhalt gewähren muss, dass immer noch einen Konsens geben soll und es dessen bedarf, ja, aber eben das letzte Wort müssen eben oder muss der starke Vereinsverantwortliche treffen, dann, wie du gesagt hast, dahinterstehen und auch die Konsequenzen, seien sie positiv wie negativ, tragen. Ja, aber wenn ich jetzt in den Sand setzt, dann muss er halt auch sagen, okay, ich muss meinen Hut nehmen, beziehungsweise Haft halt irgendwo auch dafür. Ja, aber wenn ich jetzt als Fan schreie, Feldhofer raus, Zocke raus, ja, dann dürfen die nicht sofort gekündigt werden, sondern die sollen dann gekündigt werden oder der Vertrag soll dann mit ihnen aufgelöst werden oder beurlaubt werden oder was auch immer, wenn die sportliche Führung die Daten und Fakten am Tisch hat und dann der Meinung ist, dass es aussichtslos ist für den Trainer, weil er die Mannschaft nicht mehr reicht. Aber nicht, wenn das irgendein Fan sagt, ja. Ich meine, das ist jetzt da ein bisschen sehr plakativ, das Beispiel, aber im Grunde genommen kommt es mir halt schon so vor, dass es bei Rapid halt die schreien Pesche raus das erste Mal und zwei Tage später tritt er zurück, weil er bedroht wurde, ja. Das ist ja nicht schön und auch nicht normal und Mitgliederverein hin und her, aber es hat alles seine Grenzen. Und dass Pesche kein Rapid-Fan ist und kein grün-weißes Blut in den Adern hat, also das kannst du jedem erzählen, nur nicht mir. Also das ist ja das Role-Model eines Rapid-Fans, der hat dann sogar eine, manche haben den schon als nächsten Wiener Bürgermeister gesehen, ja, und der hat die Politikkarriere aufgegeben, um eben bei seinem Herzensverein arbeiten zu können. Ja, du, ich nehme jetzt nicht an, dass es wirklich so war, dass die sofort einfach nur darauf reagiert haben, auf diese Rausrufe, prinzipiell steht jedem im gewissen Rahmen das Recht zu seiner Meinung zu äußern, sei es als normaler Bürger, sei es im Stadion als Fan, wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, kann man pfeifen und seine Unmut äußern. Komplett voll und ganz, dass natürlich irgendwie die Vereinsführung die Stärke haben muss, wenn sie da anderer Meinung ist, dem zu widerstehen, liegt aber auch auf der Hand. Aber ich glaube, es hat ja wirklich, da war glaube ich der Karren viel mehr noch im Dreck und der Gogo Djuricin am Schluss und da hat es ja auch lange gedauert eigentlich, bis da reagiert wurde, vielleicht zu lange, aber ich denke auch, man muss einen gewissen Druck aushalten und aushalten können und hier eben nicht auf Zuruf gleich X oder Y durchführen. Ja und man braucht jetzt auch nicht kuscheln und man braucht auch nicht immer Ja sagen und Kritik ist wichtig, auch freie Meinungsäußerung ist wichtig, auch wenn es vielleicht einmal ungemütlich ist oder wenn man falsch liegt, das kann man ja immer wieder, überall wo Menschen am Werk sind, passieren Fehler, das ist ja wichtig, aber es kommt auch immer auf die Form und auf das Wie an, das ist halt meine Meinung und gerade innerhalb eines Vereins muss man halt schon respektvoll miteinander umgehen, wie es auch Michi Hartz zu uns gesagt hat, dass ihm das ganz wichtig ist. Ja, du definitiv, aber wir wissen ja alle, diese Drucksituation ist dann oft eine, die sich hochschaukelt, da sind dann gewisse Fans mit im Lager, sei es nur verbal sich zu äußern, vielleicht dann aber eben auch mit Bannern irgendwas zu fordern oder ihre Meinung zu tun und dann wissen wir aber natürlich auch oft die Medien, die dann aufspringen beziehungsweise natürlich das ganze Thema dann irgendwann auch ja, sag ich mal, nutzen, weil ja, es ist besser, gerade bei Rapid, wenn da die Bogen hochgehen, irgendwas zu nutzen und die Auflage oder die Klicks zu steigern, als wenn alles eitel worden und Sonne ist. Genau. Gut, wir werden da heute leider noch keine Lösung präsentieren können für unsere Hörerinnen und Hörer, aber wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten, was auch das Thema Rapid-Präsidentschaft bringt. Genau, ganz sicher und diesbezüglich können wir nicht auch schon unsere Frage der Woche ins Rennen schicken und glaube ich, ist es für die Austrianer irgendwo auch spannend, der Lokalrival, das sieht es natürlich immer so von wegen, ja, wenn beim anderen Stillstand herrscht oder sogar ein Rückschritt, ist es nie so schlecht, deswegen haben wir gleich ja damals einige auch noch gesagt, ja, aber als den Gokuduriz sind wir ruhig noch länger, das passt schon alles. Da war ich einer davon. Wäre, glaube ich, keiner böse gewesen, wenn die Geschichte noch weitergegangen wäre und genauso ist es natürlich Rapid-Labor unbedingt, dass es jetzt Veränderung herrscht und wieder positiven Zeiten entgegenschauen und die Austrianer sagen vielleicht, ja, nehmt euch ruhig ein wie den Hans Krankel, wir glauben nicht, dass der irgendwie Rapid vorwärtsbringt. Also von daher, glaube ich, für beide Fan lag irgendwo die Frage der Woche interessant zu sagen, wen wünscht ihr euch als neuen Rapid-Präsidenten oder wen seht ihr dort? Genauso, auf der einen Seite könnt ihr sagen, ja, ich glaube, XY wird es, aber ich würde mir wünschen, Z könnte es werden. Ja, sämtliche Meinungen sind da gerne gesehen, um sie uns auf Twitter mitzuteilen oder auf Facebook oder natürlich auch über unseren Blog auf der Standardseite auf standard.at. Nur eine Frage, Markus, solltest du Rapid-Präsident werden, würdest du den Podcast dann weitermachen oder würdest du mich dann links liegen lassen? Habe ich mir natürlich noch keine Gedanken drüber, aber du, ich glaube, das ist ein Herzensprojekt und so wie du vorhin gesagt hast, wer beim Verein angestellt ist, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, es sind ja nicht immer alle beim Verein angestellt, Präsidiumsarbeit ist ja, oder war jetzt in den vergangenen Jahren, ich habe nur gehört eben, Kaltenbrunner, bei ihm war es einmal anders, war damals, glaube ich, von der Bank Austria bezahlt, ansonsten ehrenamtliche Funktion, das heißt, ja, neben meiner Arbeit dann und ehrenamtlich hier und auch in unserem Podcast, also ich hätte mit Sicherheit dann viele Insights zu erzählen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dürfte ich wahrscheinlich wieder vieles nicht mehr erzählen. Okay, und ich würde dich dann auch immer festnageln. Ja, genau. Gut, Markus, wir haben jetzt schon über eine Stunde Senderzeit verbraucht, und deswegen würden wir jetzt zum Tippspiel kommen. Jetzt. Der No-Go-Tipp der Woche. Hallo beim Tippspiel und das wird heute in einem Schnelldurchlauf passieren, dass wir eure Zeit nicht noch länger stehlen, weil wir ja dankbar sind über jede Minute, die ihr zuhört. Genau, richtig. Also es ist verdammt eng beim Tippspiel. Pilot Tranquilo führt mit 34 Punkten vor Finax, der 33 hat und Braco 32. Dann hat er Stefan 30, das heißt, ganz leichten Vorsprung vor mir mit 10. Und wir haben jetzt im August noch eine Partie, nämlich das Kappspiel der Austria. Das heißt, das wird die alles entscheidende Partie sein, wo über Sieg oder Niederlage und ja, sagen wir nicht, also wenn die Top 3 auslassen und Stefan einen Fünfer da einfährt, könnte er natürlich den Monat noch gewinnen. Das heißt, dann wäre wieder kein Preis zu vergeben, wenn der Stefan alleiniger Erster ist. Ansonsten, aber nachdem drei vor ihm liegen, schätze ich jetzt, stand jetzt nicht, dass alle drei irgendwie voll daneben hauen, sondern dass es einen externen Gewinn ergeben wird, an den wir den Preis dann vergeben dürfen. Das Goodie Bag von derstandard.at und dementsprechend werden wir euch über diese Übergabe dann dokumentieren und wissen lassen und den Sieger announcen. Spätestens am Mittwochabend wissen wir dann mehr. Genau. Das heißt, wir werden jetzt die nächste Runde trotzdem auch schon die nächsten Spiele einfach tippen, oder? Genau, wir tippen jetzt gleich durch die letzte August-Partie und dann die ersten im September. Genau. So machen wir das und okay. Genau. Fange ich an oder fangst du an? Aber nur ganz kurz, Ehre, wenn Ehre gebührt, das heißt, im August kann ich dich nicht mehr einholen, du hast gewonnen. Unser Einsatz war von wegen, dass wir den anderen begleiten in das jeweilige Museum. Das heißt, ich werde mit dir ins Austria-Museum gehen und wenn ich was zu süffisant sagen darf, werde ich genauso einladen, wie du mich zu unserem Essen eingeladen hast, als du mit dem Rapid-Trikot unterwegs warst. Diesen Einsatz des Tippspiels gab es schon und was dann im nächsten Monat ansteht, das werden wir dann nächste Woche dementsprechend verkünden. Genau. Solltet ihr Tipps haben, Vorschläge haben, könnt ihr uns das natürlich zukommen lassen. Wir freuen uns über jede Einregung. Genau, richtig. Deswegen, um das jetzt durchzuboxen, unsere Tipps und nachdem es um nichts mehr geht, darf gerne ich anfangen mal wieder. Wir haben die erste Partie, wie gesagt, die letzte im August, 31.8. Siegendorf gegen Austria-Wien. Da ist mein Tipp, dass es das ein relativ klares 0 zu 3 wird. Ja, da tippe ich auf 0 zu 5. 0 zu 5. Prima, dann haben wir Allerheiligen gegen Rapid. Rapid, ja, hoffen wir mal, also hoffe ich, wird endlich mal wieder gewinnen. Ich sage, es wird ein 0 zu 2. Ich sage, es wird ein 1 zu 2. Stefan tippt hier auf 1 zu 2. Dann haben wir mal wieder Austria gegen Austria. Wir hätten ja erst am vergangenen Wochenende gehabt und jetzt gleich wieder auf dem Tableau diesem Austria-Wien gegen Austria-Wien gegen Austria-Lusternau. Genau richtig. Da wäre mein Tipp ein 2 zu 1. 2 zu 0. 2 zu 0 vom Stefan. Dann hätten wir Rapid 2 ebenfalls am Samstag im Einsatz gegen Dornbirn. Dort, glaube ich, jetzt wird es endlich mal Zeit für den ersten 3 in der Saison und sage 2 zu 1. 1 zu 1. Sagt der Stefan 1 zu 1. Und dann hätten wir noch von der 2. Liga die Sturm Graz-Amateure gegen die Young Violets. Da, glaube ich, ein 1 zu 2. Auch der erste 3, das wäre das für die jungen Violetten. 0 zu 2. Sagt der Stefan 0 zu 2. Und dann last but not least, ja, der Stefan hat es irgendwann schon mal gesagt, unsere Trips ins Ländle der jeweiligen Kampfmannschaften sind immer legendär, immer herausfordern und ich irgendwie bin tipptechnisch gerade aufgeschmissen. Stefan, darf ich dich bitten vorzulegen, während ich mich sammle? 2 zu 2. Stefan sagt 2 zu 2, das hatte ich auch gerade im Kopf. Dann sage ich 1 zu 1. Okay, ich habe das letzte Rapid-Ergebnis auch richtig getippt, also ich mausere mich zu einem Rapid-Experten. Ja. Du und der war. Der No-Go-Tipp der Woche. Gut, Markus, es war mir... Irgendwas hätte ich dich eigentlich nur fragen wollen, aber ich habe es vergessen mittlerweile. Ja, es war heute so viel Rapid und auch die Conference-League-Gruppenphase der Austria, die besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ganz kurz deine Einschätzung zu den Gegnern, nur ganz kurz, was sagst du, wie attraktiv? Ja, wie real... Das war es nämlich, was ich fragen wollte. Wie real mit der Halbfinalist der letzten Champions League natürlich sehr attraktiv. Ja, alter bekannt auch für Rapid. Alter bekannt auch für Rapid, genau. Lech Posen, polnischer Meister, sicher auch kein leichter Gegner und Hapuel Bär-Schewa aus Israel kann ich nicht einschätzen und habe mich auch noch nicht so mit dazu befasst. Das machen wir dann in der Folge, bevor die Conference-League auch wirklich beginnt. Okay, waren vor ein paar Jahren schon mal in der Champions League auch vertreten, Hapuel Bär-Schäfer, soweit ich das weiß. Also, ich glaube, kein Kanonenfutter, glaube ich, kein Team, das es hier in die Gruppenphase geschafft hat. Und ja, detaillierter werden wir das nächste Mal darauf eingehen. Genau. Freuen wir uns schon drauf und werden wir dann schauen, ob wir dann wieder mehr sportlichen Bezug haben oder was sich noch alles tut. Genau. Wir danken fürs Zuhören, wir danken für eure Treue, das sei auch mal gesagt und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin folgt auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und im Standardforum immer zu finden unter nogo.wien oder .wien in irgendeiner Kombination. Warum sollt ihr nicht auch ein bisschen suchen müssen? Genau. Und genauer Schluss per E-Mail auch nogo.wien.gmail.com Da sind wir jederzeit für Feedback offen. Ansonsten, wie der Stefan gesagt hat, könnt ihr uns über die diversen Kanäle schreiben beziehungsweise dort mit uns diskutieren, eben auch auf die Frage der Woche eingehen und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen, dass ihr da draußen immer mehr werdet, die Nogo hört und hoffen, dass ihr auch nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Bye bye. Ciao. Ciao.